Und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Donkey Kong 64. Ja, jetzt geht's so lange zum Endspurt vorbei. Wir haben mittlerweile alle Donkeys und werden mit Chunk erstmal ein bisschen hier die Steine wegräumen, beziehungsweise mal schauen, was da in dieser Insel sagt, weil hier war doch irgendwo diese Insel, wo dieser Stein war. Und auch die restlichen Sachen noch abheben. Die kann er, glaube ich, auch so machen, weil ich mich nicht irre. Können wir da nicht mehr zu einer Plattform hoch? Ich glaube, zwei ist es sogar, bevor ich jetzt den ganzen Weg glaube. Und dann werde ich jetzt nach und nach jetzt wieder Level 1 bis jetzt machen. Und genau, da ist es. Und mir danach alles angucken. So, die Frage, wie kriege ich den? Ja. Ja. Ich muss nochmal Träpete spielen. Ähm. Da sehen wir so. Und Triangel. So, das machen wir doch als erstes hier. Im Grunde angekommen. Das wäre ja gar nicht. Die erstegelände. Okay, so nur wenn ein Bananen einfach. Das wäre egal, ne? Das wäre auch einfach nicht. Das wäre eigentlich falsch, ne? Okay. Das wäre nicht optimal für den Kleine. Ich schau nochmal hier hinter, ob hier irgendwas war. Ne, gar nichts, uiiii. Hm, Trompete, 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 Mensch. Aber das ist immer Verwirrung, wer was hatte. Ich glaube... Aber Lenky hatte Trompete. Oder... Tiny hatte Saks, oder hat er Saks davon gehabt? Boah, das ist... Die beiden auseinanderzuhalten ist echt heftig. Ne, er hatte so. Okay. Ah, okay. Wo soll das hinführen? Das ist jetzt die Frage. Ich werde jetzt... Die erste Folge, die ich jetzt wieder hier starte, wird jetzt mal Insel sein, weil wir alle druckig haben. Und, ähm, so können wir uns halt alles nacheinander mir holen. Hm, das müsste vier gewesen sein, oder? Der vier ist da. Okay. Ne, fünf ist, glaube ich, da oben. Und drei ist hinten. Ich probier fünf. Komm. Ja, fünf hat die. Oh mein Gott. Kriege ich mir hier so eine komische Meldung ins Inventar? Hm. Du, 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 du. Ähm, müssen wir... Ne, warte mal. Was soll ich mit diesem Faskel, glaube ich, hoch, ne? Dann kommen wir da easy, schnell hoch. So, und ich frage, wo müssen wir da hin? Ich vermute, den wäre ganz weit hoch auf Donkeys Kopf. Warte mal, ist das... Ne, das war das nicht hier. Das war hinten irgendwo. Ah, hier. Oh, voll. Und dann, wie gesagt, fangen wir von... Von eins... Bis dem letzten Level jetzt alle durch nochmal an. Und schauen uns dann, wie gesagt, alles... Obersviel, Bananen-mäßig oder so. Ich will doch schon recht viele Bananen sammeln. Und vielleicht auch dieses... Ding da fertig bekommen. Ah, guck mal da. Da können wir rüber. Da müssen wir jetzt unbedingt mal alles auffüllen, ja. Oh, Bananen. Steckte Bananen. Okay, jetzt standen zwei in hier. Ich hab einen Tiny noch nicht gefunden. Stimmt. Nein, kann man noch nicht weiter machen. Okay, ich frage, springen wir jetzt hier einfach runter. Okay, das passt. Ich hab mich jetzt auch... ...auf irgendein, was wir vergessen haben. Ich geh mal rum. Und schaut mal irgendwas, was man noch so einfach findet hier. Nee. Boah, irgendwo war doch jetzt mal ganz... Wirklich gedacht, hier war doch irgendwo eine Insel. Ähm. Oh, das ist ein komischer Stein hier. Zum Beispiel. War das nicht da vorne? Irgendwas auf dieser Insel oder auf der anderen mit dem X? Ich schwimme da mal hin. Ich hoffe, die war da hinten auf dem X. Wie der Schirmt ist geil. Wie geht denn? Da ist ne Pal... Da ist ne Palma. Okay, da ist X. Hier ist ne X, okay. Keine Musik mehr. Ah, da kommt's. Oh, hat auch gesagt. Mir fehlt da Musik. Ah, warte mal. Warte mal, woher war man denn da? Ah, guck mal. Wo haben wir da eigentlich noch so wenig... Wenig geschossen davon. Von allen. Schäme ich grad auch so die Frage. So, aber das war... Dass ich da noch alles auffülle. Er hat auch zu hören. Da haben wir mal Tiny noch keinen. Vielleicht kriegst du welche, wenn... Wenn ich genug von den Beans hier gesammelt hab. Na, aber nichts ist so trotzig. Mal einmal rumlaufen. Na ja, acht Minuten. Ah, ich will auf die Zeit gucken. Ich will die Folge nicht allzu... ...voreilig machen, weil das die erste Folge ist. Und ähm... ...mir halt... ...an dem Tag halt... ...an fehlt. Und die Zeit ringt und nur dringend und dringend für mich. Aber wie kann man schon das erste Level gehen hier wieder? Oder dann müssen wir noch was im Vorab-Level machen? Ich schau mal. Es ist verwirrend manchmal. Gibt's hier irgendwas? Ja, wenn man sich mal ein bisschen so rumguckt... ...dann weiß man schon, dass immer irgendwas... ...fehlt. Das Bananenlager. Aber hier können wir... ...dann weiß man schon mal ein bisschen so rumguckt. Guck mal. Da haben wir eine Münze von... ...weil die gilt nämlich für alle. Und ich rutsche ganz einfach hier, wo mir keine Bananen sind. Ja. Das ist gerade die Größe, bevor ich gehe. So, da ist noch mal... Auch noch ein Weg. Ähm, war noch mal so ein Ding gewesen, oder? War hier. Jo. Und... Adi... Hopp. Vier Minzen für alle. Oh, yeah. Das ist geil, was wir damit machen sollen. Wir haben nicht mehr übrig. Wir gehen noch mal da drüben zu... Fuck you. Da. Vielleicht hat der YouTube-Mann was für uns. Und sonst? Ab ins erste Level? Ne. Okay. Oh! Was können wir machen? Ah, das Minispiel! Dann machen wir noch schnell. Oh mein Gott. Ach ja. Ja. Warum gibt's da so ein Sandwich? Boah. Okay, das machen wir irgendwann mal. Ne, grad nicht. Das machen wir mal ein anderes Mal. Aber ich will sagen, haben wir eine gute Zeit für die erste Folge. Wir haben nicht viel geschafft oder für ein paar Bananen gesammelt. Okay, rast der mal aus. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Und bis gleich wieder. Tschüss. Tschüss. Alles ist dabei. viel oder würgången. Bis zum nächsten Mal.